Keine Lust auf langweilige Events? Conray kennt die Lösung. Lords! Amazonen! Lords! Amazonen! Lords! Amazonen! Lords! Amazonen! Wir sind der Veranstalter für flexible und maßgeschneidete Erlebnisprogramme. Team-Events. Ein zufriedenes Team zahlt sich aus. Belohnen Sie Ihre Mitarbeiter mit einem außergewöhnlichen Firmenausflug. Fördern Sie die Motivation und die Betriebsverbundenheit. Verbessern Sie die Arbeitsmoral. Oder gönnen Sie sich und Ihren Mitarbeitern ganz einfach einen unvergesslichen Anlass, der noch lange positiv in Erinnerung bleibt. Conray ist Ihr Erlebnisspezialist. Team-Building. Selbstverantwortung, Rollenverhalten, Kommunikation, synergetisches und strategisches Denken sowie Konfliktmanagement sind die Lernziele unserer Programme. Zusammen eruieren wir Ihre Bedürfnisse und legen die Ziele für ein maßgeschneidetes Teambildungsprogramm fest. Events nach Maß. Conray ist ein Schweizer Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wir sind spezialisiert auf innovative, kreative und einzigartige Erlebnisevents aller Art. Ob Team-Events, Team-Buildung oder Sightseeing-Touren – alles 100% personalisiert und weltweit umsetzbar. Unsere Kunden sprechen für sich. Team-Events, Team-Building, Customized Events. Conray.ch 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling, on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. I love you. Applaus Applaus